Moin Moin und schön, dass ihr meinen Kanal gefunden habt, bzw. Rebar2000 und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, smileysets, Kommentare gebt oder, oder, oder. Vielen Dank. Ein grauer Fuchs. So, das war nur ein kleiner Ausschnitt aus The Hunter Classic. Und, wie gesagt, abonniert meinen Kanal, schaut meine Videos, wenn es euch gefällt. Und, bleibt. Ja, und verpasst keine Folge mehr. Wir sehen uns. Tschüss.